It takes two It Genau Wir sind hier beim Teil 2 Und Teil 1 ist schon bereits online Wenn ihr das Ganze noch nicht abgecheckt habt Wir werden das Ganze markieren Unter der Beschreibung Und wir spielen heute weiter Oh mein Gott, da kommt auch Stromschlag Du musst aufpassen Wie? Nein, du musst Ey, Digga, wie lange brauchst du? Zack, zack Wechseln Wie lange bin ich hier richtig? Okay, ich bin da, ich hab's geschafft Dann Hä, noch mehr? Ja, Mann, tatsächlich Dreieck Wir müssen uns abstimmen Wir müssen wieder zusammen Ey, guck mal Du musst hier rechts surfen und ich muss hier links surfen Rechts Du musst rechts Oh, Junge, warte doch Warte, nicht so schnell Ja, ich mach langsam Ich kann das nicht beeinflussen Ich bin da, ich bin da Okay, jetzt Drück Dreieck Drück Dreieck Jawoll Walla, der WZ Ja, na klar Geh mal rechts Geh du rechts Ich geh links Dreieck Ey, hallo Hallo, geht, geht Ey, Junge Wann muss ich Dreieck drücken? Diese Dreieck da Da, ey, nein O, direk Oh, direkt am Hab ich doch 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 Hübe Had Hadi, oğlum Watt, geht Watt, geht O, Mensch, nichts Hallo Jeff, aha Hey, oh, hey, jup, boi. Boom. Hey, was bist du, wer da jetzt warnt? Hä? Ah, warte mal, zusammen, zusammen und dann Kreis, so. Zusammen, mach mal zusammen. Aha, sag ich doch, wolla geschafft. Okay, warte, R1. Oha, wie geil. Danke für deinen Sub, Jamie. Jamie, Bruder, mit zwei, mein Bruder, danke. Aha, gib dir mal. Hier, 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 hier. Habibi, Jamie. Oh. So, zack. Hoppa, Indiana Jones, genau so, Bruder. Schaffst du das? R1. Yes, 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 kommst du hier, kommst du hier. E, mit. Lamm. Lamm. Hoppa. E, hopp. Oh, schau, Bruder. Das war alles komplett. Wie lang baust du? Geh, Lübenland. So, dann schön auf die Schaukel hier. Tag, 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 tag. Oh, fuck. Oh, Junge. Hey, da ist unsere Schaukel. Endlich hat das Ding einen Nutzen. Ab auf die andere Seite. Rassisch. Ab auf die andere Seite. Ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Bruder. Das habt ihr nicht gesehen. Das wird absolut rausgeschnitten. Ah. Das bleibt drinnen. Ah. Ah. Ey, wo? Ah, jetzt, 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 jetzt. Hast du gesehen? Ey. So macht man das. Musst du lernen von deinem Bruder. Du bist noch klein. Hä, Bruder. Boing, boing, dingy, du's. Ja. Hoppa. Hoppa. Ich komm doch mal. Ich komm doch. Oh, nö, Digga. Oh, der ist immer noch da, ja? Hey, Digga. Amateur. Warte. Sabbel. Jetzt, rennen und dann R1. Hä? So. Dann wieder denselben Weg. Zack, 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 zack. Hoppa. Yes. 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 Die Ajax ist jetzt gekürt. Aber okay. Ja, ich bin da. Okay. So. Geht da. Was macht der denn hier oben? Sieht aus, als ob ein Flaschenzug ist. So. Wir sind da. Du hast die geilere Waffe. Uh. Okay, nice. Warte mal, wo bist du? Warte mal, wo bist du? Äh. Ah. Du musst dagegen schießen und dich rausholen. Warte mal, nicht da. Nein. 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 Ihr findet euch strategisch wichtigen Punkten über alle Waffen. Ja. Ah, du hast so mehr. Ah, du hast Schimmigwaffe. Du hast einfach Schimmigwaffe. Wallah. Einfach Schimmigwaffe. Ich hab Flammenwerfer. Viel besser. Aber. Hä? Warte, schieß mal dagegen. Sieht so aus, als wäre Eichhörnchen-Technologie nicht idiotensichern. Hä, warte mal. Was ist denn? Hä? Junge, verbrenn doch mal das Holz. Oh. Mann, diese Eichhörnchen haben nicht gescherzt. Ja. Das ist ein echter Schuss. Eichhörnchen-Dier, ja. Aha. Ne, passiert nichts. Passiert auch nichts. Passiert mehr. Ey. Ja, zack. Wir getroffen. Nochmal, wir auf zwei Schachttreffen. Okay. Okay. Du hast einfach kein Akku mehr. Okay, komm. Lass weiter. Scheiß, Taro. Lade, ich hab's dir nicht. Wallah, kannst du dich abschießen? Mach nochmal. Schieß mal drauf da. Klar. Ich kann nicht dich abschießen. Ah, wir müssen... Ah, so. Ja, sicher. Jetzt hab ich verstanden. Ey. Chabu, 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 chabu. Nein. Äh. Nee. Nein, krass. Au. Jawohl, sehr gut. Oh. Ey, geil, dass ich explodiert. Die hat ja richtig, das ist ja richtig geil. Feier ich. Achso, jetzt ist er wieder hoch. Oh, nö. Hol mich mal hier runter wieder. Schieß dagegen, schieß dagegen. Ja, ja, ja. Schieß doch noch mal. Jetzt, 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 jetzt. Aber das bringt absolut gar nichts. Das ist voll schief gegangen. Jetzt, ruhig, 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 ruhig. Süchtig. Oh mein Gott. So, warte mal. Hopp. Hoppa. Yippie. Hoppa, Nero. So, whip. Sehr gut. Hier, hier gegen ausschießen. Das ist so. Ah, das bringt absolut nichts. Sehr gut. Wir müssen beide. Nein, nein, nein. Hier ist, glaube ich, der Weg. Nein, du musst dagegen schießen. Und dann? Doch. Ah. Ja, sicher, Junge. Hast du in Biologie nicht aufgepasst? Weswegen ist das denn so? Weiß ich nicht. Ja, halt so. Schieß. Honig und Feuer ergibt, äh, Platzen. Ja, ja, klar. Das ist Biologie. Hol mal runter das Ding da. Äh, du hast dich einmal gekocht. Ich glaube, das ist dein Job hier. Wie? Das ist mein Job. Achso. Guck. Oh, Schömmick. Yes. So. Äh. Ähm. Ja. Wir müssen wieder da rein. Komm. Nee. Doch, doch. Nein, nein. Wir müssen da hoch. Da. Ja, richtig. Und wir kommen mit diesem Ding hoch. Nein, nein. Komm hierhin. Komm zu mir. Komm zu mir. Vertrau mir. Schieß jetzt da drauf. Bis das ein bisschen runter geht. Wo? Ja, hier, hier, hier. So. So. Schieß, 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 schieß. Jetzt bist du drauf. Stopp. Komm drauf. Hoppa. Leid, leid, leid. Sag mal, hoppa. Hoppa. Ja, nicht Woppa vom Berger geben. Woppa. So. Das Rundholen hier. Hä? Du musst das Ding abschießen, diese Farbe. Welche Farbe? Oh. Nein, nein, das Ding hier. Das hier. Aber von wo? Das macht doch gar keinen Sinn. Nein, das hat echt keinen Sinn. Hast du gehört? Schöne, schach, warte. Schach, 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 schach. Nein, 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 nein. Das macht keinen Sinn. Punkt, da passiert gar nichts. Wartest du mal mit deinem? Aha, ey. Welche hast du überstricken? Aha, süchtig. Oh, Pola. Junge. Du hast einfach voll die Scheißhaffe. Hä? Wo bist du hier? No, 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 no. Hä? Warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt hier vorstehe. Ah, wir müssen hier. Was? Doch nicht. Daniel, danke für deinen Prime-Sub. Prime-Sub sind kostenlos an der Stelle. Ganz, ganz wichtig. So, könnt ihr uns trotzdem unterstützen und habt keine Werbung mehr. Oh, no, 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 no. Heute machen wir... Joch. Hm. Warte mal. Hat das hier was für mich damit zu tun? Nee, auch nicht. Hä? Hol das Ding mal runter. Okay. Oh, no, no, no. Nee. Achso! Was denn? Schieß gegen! Schieß gegen! Ja, normal, Junge! Holla! Die Schürze... Hol mich jetzt? Sehr gut. Ja, und jetzt? Äh, warte, der hol dich, der platzt gleich. Das wird weniger, warte, chill. Du musst nur Geduld haben. Ich geh schon mal weiter, ja? Ich glaub, du musst gar nicht mit. Das ist gar nicht mal so wichtig, dass du mitkommst. Oh, stimmt ja. Das kann ich nicht vollkleben. Ah, das ist mein Job. Ja, natürlich! Ich muss das drehen. Drehen wir noch mal? Guck mal runter, guck mal runter. Ob da so Dinger sind, wo du dich... Oh, nein. Okay. Hä? Wie macht man Prime Sub? Du musst deinen Twitch mit... In den Einstellungen mit deinen Amazon verbinden. Da kannst du Prime Sub umsonst. Hallo? Irgendwas musst du hier machen. Du musst da drüber. Nein! Ah, du musst dranhalten! 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 Oh, mein Gott! Was? Lan, niye döndürmüon? Jetzt, hadi! Go! Döndür, döndür, döndür! Jetzt, jetzt! Döndür, 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 döndür! Ja! Çok heyecan, la. So, Giz da drauf. Nein, nein, Giz da drauf. Auch gut, okay. Okay, sehr gut. Oh! Äh. Schieß da mal gegen, schieß da mal gegen, schieß da mal gegen nochmal. Das war richtig. Nein, 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 das andere. Genau. Ja. So. So. Jetzt musst du das drehen. Du musst das drehen. Du musst auf die linke Seite schießen. Nein, 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 nein. Ja. So. Jetzt auch mal. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Hoppa! Eee! So. Motor bittu, lan. Annoze, nein! Annoze, nein! Oh, mein Gott. So. Sehr gut. Jetzt muss ich hier gegen schießen, glaube ich. Nein! Oh! Oh, nee, ne? Warte. Okay, komm. Äh, hier. Konisch. So, sehr gut. Oh, und ihr könnt einfach ignorieren, was die Kinder der Band da verliegt ist. So, aber das ist ja nie... Einfach meister. Hey, was hast du gemacht? Ich will auch! Oh, le, lan. Hallo? Hey, was hast du gemacht? Lan! Ne. Das ist doch pas was. Ah, du kommst dann. Ich will raus, ne? Wie der? Ach! Hallo? Ey, geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr raus holen. Digga, was hast du denn gedrückt? Drück auf Stopp. Drück auf Stopp. Äh... Blitz. Totenkopf. Drehen. Erdnuss. Stopp! Da links! Stopp. Nein, nein, du musst drauf springen. Da an der Tafel steht, was macht man ohne Lan? Yes! NH3. Macho, macho. Äh... Korrasiv Nox. Positiv, negativ. N2-D2. Ey, ich nix wissen. Warte, ich muss mal, glaube ich, dann, äh, hier... Nein, 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 bleib an der Wand, bleib an der Wand, bleib an der Wand, bleib an der Wand. Nein, nein, ich glaube nicht. Doch. Du musst, glaube ich, an der Wand. Warte mal. Vielleicht muss ich hier parallel irgendwas machen. Dieser Deckel sieht nicht sehr fest aus. Hm, okay, doch nicht. Doch nicht. Berkayul, danke für deinen Sub. Abi, Ber... Danke, Berkay. Berkay hat jetzt auch einen Sub ohne Werbung. Ey, ich kann mich da nicht mehr rausholen, das war's. Ja, und jetzt? Guck mal, es muss eine Tastenkombination geben. Eine Tast... Die du nacheinander da abschießen musst. Aber die steht entweder auf der Tafel oder auf der anderen Tafel. Blitz, Totenkopf, drehen, Erdnuss. Hä? Wir sind einfach im Erdnussland. Guck mal weiter, da ist doch noch eine Tafel. Ja. Moment mal, das sind interessante Berechnungen. Ja, die haben ja... Ja, guck doch mal die Tafel. Ja, was ist denn an der Tafel? Erdnuss, mir Atnuss, hier auf der anderen. Nein. Aha, nachschu, nachschu, dir, wach! Wo? Aha, C2, H4, O2. Warte, wenn der will nicht mehr, ja. Hä? Will ich hier? Nee. Du hast schon recht, man muss bestimmt irgendwas abschießen, aber wo? Das check ich nicht. Da oben, da oben! Da ist so so ein Drehding. Das? Ja. Macht keinen Sinn. Du musst die Knöpfe abschießen, ja. 100 Prozent. Aber in der richtigen Reihenfolge wahrscheinlich. Macht auch keinen Sinn. In der, ja, in der richtigen Reihenfolge meine ich. Ja, was ist denn die richtige? Guck mal, warte mal, schieß mal auf die Erdnuss. Geh mal zurück, geh mal zurück. Ja. Ich glaube, da hinten passiert jetzt was, immer wenn du drauf schießt. Drücken. Erdnuss! 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 Okay, 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 jetzt, wir machen was anderes. Was ist das hier? Guck mir mal, Blitz. Erdnuss! 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 Ey, ich kann stopp drücken. Aber warte, ich will noch eine Sache, Mann. Blame, Blades! Land, no Leo, land. Schimmle, no Leo. Ey! No Leo, land! Oh mein Gott! No Leo, land! Oh mein Gott! Land! 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 Okay, komm, das war's. Ich glaube, der hat gestürt mich. Ey! Ah! Oh, super. Ach, super. Das war nicht sonderlich witzig. Hihi! Du siehst aber gut aus. Ah, haha, wie sehr habt ihr unsere Nüsse, Bars- und Saunamaschine entdeckt. So, da musst du drauf schießen. Ne, doch nicht, hä? Warte mal. Hm. Das ist, wenn wir hier drüber jumpen. Oh, ich hab's einfach geschafft. Wo? Alles gut. Da. Ja. Viereck. Ja, auch so ist stark. Äh. Wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Hä? Wir müssen da rein, wir müssen da rein. Töte dich mal. Ja, ist stark. So, wir müssen irgendwie hier rein. Das ist so ne, das ist ne, das fällt ein, das ist so ne Klappe. Ah, hier auf die Schlösser. Logisch. Auf alle Schlösser mal schießen. Ja, mach. Du musst, äh, Honig drauf ballern. Auf alle. Schieß doch. Alle. Schnell. Ey, Digga. Du brauchst zu lange. Ich oder was? Zack. Nein, 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 nicht so. Immer noch. Bats, bats, bats. Okay. Hä? Opa. Ey. Super. Wallah. Ja. Etwas Großes. Was auch immer es war. Jetzt ist es weg. So, warte mal. Du musst das Schiff hier rebolen? Ne, doch nicht. Was ist denn hier mit? Was? Auch nichts. Das hier ist bereit. Aha. Da hinten. Ey, das kommt hier rüber. Nein. Weiter, weiter, weiter. Wir ziehen das hier rüber. Ne, das ist die falsche Richtung, falsche Richtung. Ah. Ja. Und zack. Los geht's. Weiter. Sehr gut. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Stark reingeschissen. Nein, du nicht. Du darfst sie schießen. Lass, 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 lass. Nix, Mann. Sehr gut. Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Oh. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir kämpfen einfach gegen B. Oh mein Gott. 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 Schnell. Oh. Oh fuck. Die hier ist eingeseifft. Schnell die ab. Sehr gut. Ich glaube das waren alle. Das waren alle. Das war's. Sehr gut. Ja, du mach alle. Ey, Mann. Was geht auf Skandi? Ey, Mann. Was geht? Ich hab fast eine Nachricht nicht gesehen, weil du nicht mit deinem Sub reingekommen ist. Mach es mal bemerkbar hier. Ah, schade. Ich dachte du wärst das. Maxi, Taxi. Dankeschön. Habibi, Maxi, Taxi. Äh, nee, warte mal. Irgendwas macht hier keinen Sinn. Ähm, warte. Was ist das für ein Spiel? Bruder, du musst hier so, so Adventure-Web, das geht nur zur Zeit. Du musst so, der eine muss das machen, damit das passiert. Checkst du? So ein Rätselding. So ein Rätselding, genau. Äh, nee, warte mal. Wir müssen da oben hin. Aber wie? Wir müssen da drauf, ja. Ah, du musst das füllen, ja, logisch. Jetzt schieß mal rein, schieß mal rein. Nein, du musst da reinschießen, damit das platzt. Guck, ich füll das jetzt auf. Ja. Habibi, Skandal. Da hab ich für meinen Bruder. Warte, warte. Mach mal diese 2.000 hier voll. Diese Sub-Zie. Ja, jetzt schieß. Rüber. Aber wohin? Achso, das war in falsche Richtung. Schieß mal auf, da rein. Schieß mal, da schau mal parallel rein. Da rein. Da rein, ja. Sehr gut. So, ich schieß dich hoch. 3, 2, 1. Spring rüber. Sehr gut. Sehr gut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wo muss ich denn hier denn? Ja, jetzt. Und. Spring. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. War das Spider-Man. Wie geht's dir mittlerweile? Wie? Äh, ja, da. Genau. Hä? Äh. Äh. Nee, komisch. Warte, was? Warte, was? Was, wenn ich von hier irgendwas machen muss? Hier sind einfach Erdnüsse mit Armen. Oder mir geht's Katastrophe. Oh. Auf die gelbe Wand musst du... Achso. Schießbar auf die gelbe Wand? Hier vor mir. Nee. Hier, hier, hier. Hier. Oha! Maxi, Taxi! Wie viel hast du rausgehauen? 10 Stück! 10 Verschenkte! Wallah, Maxi! Dankeschön, mein Bruder! Chat, macht mal einmal Liebe für Maxi. Ich hab gehört, wenn ihr ganz viel Liebe macht, lässt er nochmal 10 hier. Ich küsse deinen Herz, Maxi. Einmal Liebe für Maxi machen. Ey, hier, hier, hier. Du musst hier anschießen. Hier. Wo ist das Arme nach Köln? Hier. Achso. Mach mal. Ne, warte mal. Dreh ich mal um. Dreh ich mal weiter. Ja, logisch. Du musst das verbinden. Du musst diese ganze Heu verbinden mit der Wand. Und ich muss dann hier am Anfang dran schießen. So ne Zündschnur muss man. Genau. Hier am Anfang noch. Am Anfang. Am Anfang. Links. 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 Ja, 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 ja. Opa! Ich hab doch gesagt! Nochmal 10? Wollah, Maxi, Taxi, mein Bruder! Dankeschön. Aber ich hab gehört! Nein, Spaß! Mach mal einmal gewaltig Liebe für den Bruder. Ab 25 darfst du offiziell, ab 30 offiziell Icon 6, Bruder. Ab 50 Jury, Bruder. So ein Ding ist das. Dankeschön, mein Bruder. Chat, einmal Liebe für Maxi. Okay, das ist super, super, super. Wir kommen weiter. Zack, 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 Läuft doch, Bruder. Bruder, was machst du? Hey, 30! Schenk dir wohl mein Bruder Maxi Taxi, Bruder! Noch 10? Und dann haben wir unsere 2000 Subs erreicht. Bei 100 Zubs, Emre rasiert sich glatze im Stream. Jamie, danke für zwei Zubs. Habibi, Jamie, Bruder. Ey, Chant, einmal Liebe für Maxi und Jamie. Ich küsse eure Herzen, voila. Ihr seid die krassesten. Dankeschön. Komm mal hier hin. Hier, hier. Komm mal, hier müsst ihr irgendwas machen. Aber hier ist eine Tür, warte. Komm mal her erst mal, mach die Mauch. Halt die Fresse, Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Ey, Chant. Oh, Jamie, ey, Jamie legt hinterher. Auch noch mal 5, Dankeschön. Ey, geisteskrankt, der Hype-Trade kommt, Bruder. Bruder, macht mal einmal Liebe für Maxi und für Jamie. Okay, Maxi will auf jeden Fall Eiken 6-Jury, guck mal. Ab 200 Zubs gehört die Show dir. Ich küsse dein Herz, Bruder, Dankeschön. Du bist der krasseste. Warte mal, warte mal. Nein, nein, wir müssen hier was machen. Chill. Nee, wir müssen hier, hier, hier. Hier müssen wir was machen. Genau. Und ich muss hier auf der Seite. Zieh, Coli, das doch. Achso, totziehen. Okay, let's go. Eins gegen eins. Totziehen. Drei, zwei. Eins. Mit drei. Gebt auf, Mei. Die Seite hört hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat 50 Verschäckte. 50. Verschäckte. Mach den Sound leise. Ja. Ey, warte, warte, warte. Yes. Geh mal weg, geh mal weg. Wuuuuh. Ich glaube, das Holz, ja. An alle musst du. Du musst Holz. Schnell. Nein, 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 nein. Das ist richtig, das muss dranbleiben. Das dreht sich. Du schießt doch mal das untere ab. Nein, nein. Nochmal. Da oben, da oben, da oben. Und hier. Jetzt fängt das an, sich zu drehen. Nein, du musst es abschießen. Jetzt. Siehst du? Ja, aber du musst alle abschießen. Und jetzt hier. Ja, und jetzt die untere. Nein. Hä? Sag ich doch. Geist. Oh nein. Geist ist krank, Bruder. Ey. Hallo. Warum geht der nur auf mich? Sehr gut. Ey, Jamie. Danke für deine Zeit verschenken. Weiter, weiter, weiter. Du bist mittlerweile bei 20. Küsst dein Herz, Bruder. Schieß ihn ab. Ich schieß doch. Nein. Ich muss von hinten schießen. Du musst denn auf dich fokussieren. Damit ich von hinten treffen kann. Ja, mir. Der kommt doch nicht. Ey, du ge... Aha, der kommt. Der kommt. Weil ich... Mach doch. Schlimmer. Da. Jetzt, 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 jetzt. Knall ihn ab. Ja. Noch einmal. Jamie nochmal mit 100 Bits, Bruder. Danke. Ich liebe dich, Bruder. Maxi und Jamie, was ihr heute veranstaltet, ne? Komm. Jetzt, 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 jetzt. Schieß. Schieß. Warte. Schieß. Warte. Land, schieß. Ja. Uh. Hier. Jawohl. Was kommt denn jetzt? Oh. Bruder, Land. Oh, einfach... Oh, Digga. Zack, zack, weiter, 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 weiter. Hier ist einer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Yes. 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 Oh, hier kommen noch mehr, meine Damen. Oh. Ey, werden die zu bieten, oder was? Oh, ich hab keine Ahnung. Ah, nee, das sind Larven. Was laber ich? Warte weiter. Land. Hoppa. Yes. 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 Nee, warte mal. Das stimmt irgendwas nicht. Wir müssen noch safe hier... Schieß mal hier rein. Wichs mal hier rein. Nein, nein, da rein. Nein, nicht. Ach so. Wir müssen die Flasche da runterkriegen irgendwie. Ah, da oben. Jamie, ey, Bruder Jamie, schon wieder ein Subchat. Macht mal einmal Liebe für den Bruder Jamie nochmal. Schieß die Flasche ab. Ja, perfekt. So, darauf können wir jetzt... Ey, wie denn? Oh. Ey, warte mal, das ist doch ein Spiel eins für Kinder, ne? Ja. Das ist ja voll das schlaue Spiel, Bienen zu töten, wenn ihr eh kurz vorm Aussterben bedroht sind. Sehr stark. Ey, die sind da drin. Ja, zwei. Hier, hier, hier. Schieß hier gegen. Ah, perfekt. Ja, und jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Mörser, wer ist beaniert, Bruder? Ey. Leo legt ihn her mit einem Sub, Bruder. Der dritte. Ich küss dein Herz, Leo. Dank für dein Verschenk, mein Bruder. Emre. Ja. Warte. Nochmal, nochmal. Ja, ja, ja. Warte, ich bin tot, ich bin tot. Chill, chill, chill. Warte lang, geh zum Teil, Leo. Ja. Chill. Boom. Der ist fast tot. Komm schon. Boom. Weiter. Lock mal, lock mal. Boom. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, weiter, weiter, weiter. Warte lang, schieß. Boom. Wo bist du, wo ist der? Wo ist der? Da. Jetzt, 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 schieß, schieß. Ey. Trifft doch, trifft doch. Ich treff nicht. Du musst treffen. Ich treffe nicht. Dann hat ihn. Ich hab getroffen. Weiter, weiter, nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Nochmal, nochmal. Nochmal. Mein Leben für die Königin. Komm. Boom. Ja, Junge. Das ist, das ist, das ist, das hat sich voll auf mein Ohr geprägt jetzt. So, du musst jetzt diese Flasche unterhalten. Ja, Junge, du weißt Bescheid. Aber wie bist du da hingekommen? Hä, über die Flasche. Flasche, Flasche. Oh, sprich. Welche Flasche? Über die Flaschen. Hier. Nein, nicht die. Ah. Oh, ja, ein. Ich muss nicht anschauen, dass das geht. Hey, ist das nicht deine, Kameramain? Warte, wir müssen Fotos machen. Also sind die Eichhörnchen vor etwas geflohen? Ey, weißt du, was ich grad realisiere? Hm. Du bist einfach bald 30, ich werde einfach 23. Guck mal, was du spielen. Oh, naja, Blamage. Wie soll ich jetzt so eine Frau kennenlernen? Ich will auf alles. Was machst du echt mit deiner Freizeit, Baby? Ja. Ich kämpf gegen Roboter. Und gegen Bienen und Staubsauger. Ja gut, ne, so. Aha. Oha! Oha! Ah! Bum, sehr gut. Anik, Ajo, Scharmuterschwamm. Komm, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, da kommt noch mehr. Weiter! Anik! Hier, hier, hier. Hey! Ey! Ey, die geht nur auf mich. Emre, man! Ich bin da! Ich bin da! Weiter, weiter, das ist noch welche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter, hier sind immer noch welche. Hier sind immer noch welche. Äh, 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 bura. Bura, äh, fuck. Anik. Oh, mein Gott, Spinner! Schnell! Ey, Digga, du brauchst so lange, ne? Ich, ne? Ich. Ja, du. Du musst Honig auf die, Mann. Mach ich doch! Warum schreist du? Weil ich nicht... Ey, das gerade alles so laut ist und... ...sehr anstrengend und... ...nervös! Schieß! Schieß doch! Willst du schießen, oder? Ey, die Rass los! Anik! Oh, mein Gott! Nein, Bruder. Da ist einer zu viel, Bruder. Also, ich hab mich gerettet. Ey, Wollah, du Heuchler, Digga! Ey, einfach Kampf gegen Bienen mit 23. Wuhu! Oh, mein Gott, Bruder! Ich fühl mich auf jeden kleinen Kind. Ey, Holy, Holy, Merch! Ey, Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wuhu! Schieß, 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 schieß! Weiter, weiter! Schieß die ab! Schieß! Schieß doch! Nein! Was warst du? Jetzt! Schieß, 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 schieß! Warum schießt du nicht? Hast du keine Lust? Extra! Komm schon, weiter, weiter, weiter! Sehr gut! Weiter, 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 weiter! Weiter, 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 weiter! Der kann doch auch mal schießen, oder? Ich kann doch nicht, wenn du keinen Honig drauf hast. Wie ist, wen soll ich abschießen? Ach, Digga! Wen soll ich abschießen? Schieß doch drauf! Wir haben es geschafft! Ich mach das schon! Ey, Bruder! Das war's komplett, Bruder! Das war's komplett, Bruder! Das sieht aus wie bei Avatar, Digga! Ey, ja, Movie Park! Die Sebastian da war, ne? Ja, ne? Oh mein Gott! Stimmt, dieses Wasser ist genauso dreckig! Warte, alles gut! Schräge, lass, schräge, lass! Schräge, lass, warte! Weiter, 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 weiter! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's! Let's go, let's go! Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch! Was sagt Jamie bei mir immer so? Wenn ich etwas will, bekomme ich dann. Aber nur, wenn ich wirklich will. Und das muss auch bei jedem von euch sein. Oh Allah, Jamie, Bruder, du hast gesprochen, Bruder. Mach mal hier Platz 1 bei Sub Sauna, wenn du willst. Ich weiß, du willst. Ich küsse dein Herz, Jamie. Ey, Chat! Macht mal bitte einmal Liebe für Jamie nochmal. Der Bruder hat gerade alles rasiert. Ey, lass mal Jamie auf VIP gleich machen, okay? Können wir machen. Und Maxi Taxi natürlich auch an der Stelle. Einmal Liebe. Einmal ganz viel Liebe für die zwei Jungs nochmal. Habibi, Jamie, Dankeschön. By God, Bruder. Überkrasser Support, danke. Oh, Junge! Aber was tun sie? Weiter! Was ist denn jetzt los? Hey, dear! Komm! Du darfst sicher die Tornados, ne? Ja, ja. Das zieht. Weiter! Links! Hey, links! Andere links! Ja, ja, ja. Nein! Nein! Oh, wir leben ja noch! Ja, geh zum Boot! Flieg zum Boot! Ach, das Boot hat auch Leben! Oh, warum hat dein Boot Leben? Weiter, weiter! Ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Da lang! Hier in die Richtung! Ja, ja! Sehr gut, sehr gut! Weiter, weiter, weiter! Sehr gut! Weiter, weiter, weiter! Tornado! 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 Okay, flieg da drauf! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Weiter, weiter, weiter! Hier da, hier da! Oh! Ach, Digger! Tornado! Okay, komm! Jetzt konzentriere dich! Weiter! Macht ihr noch Videos mit Skandalen? Ja, aber der Bruder ist gerade krank! Sobald der fit ist, wollte der Bruder vorbeikommen! Ich denke so, keine Ahnung, also, ja, nächste Woche, ja, am Sonntag, oder? Lass ihn erstmal gesund werden, oder? Komm, hier, hier weiter! Ja, 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 entspann dich! Fahr, 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 fahr! Yeah, they see me, bro! Oh, nee, was passiert hier? Hier lang? Hier lang? Ey! Hier ist Skandal! Geschichte der Eichhörnchen, Skandal! Geschichte der Eichhörnchen, Skandal! Skandi, bist du doch da? Wallah, Skandi, bist du hier? Seit wann hast du Kooperation mit denen? Moment mal, sind wir das? Und das hier, das ist Skandal hier! Diese, guck, diese, beten den an! Hoch, lebe Skandi! Hoch, lebe Skandi! Genau so! Schieß ab! Yes! Und jetzt? Ah! Digga, wo sind wir? Sind wir einfach auf dem Mond? Jetzt Galaxie? Warte, warte, keine Ahnung, wir haben gestartet in den Werdenhaus! Da ist der Hüft! Einfach Avatar, Bruder! Ey, Bruder, ich muss sagen, aber das Spiel ist faszinierend, ne? Ja, das macht schon Bock! Das ist unglaublich gut, Bruder! Ey, wow, Digga! Ey, Bruder, es ist... Nein, hey! Und jetzt? Ah, falsche Richtung! Hier dann, zack! Und zack! Oh, Leon! Oh, na... Oh, ha! Ey, ich schreit auf den! Ja, warte mal, was musst du denn machen? Oh, nein, ich hab keine Ahnung. Ah! Äh, nee. Ah! Ach, das ist wieder so ein Minispiel, glaub ich. Das hat nichts mit der Mission zu tun. Einfach mit Toilettenpämpeln, Bruder, ja? Ich bin 23 bei. Ich hab gewonnen. Komm, weiter. Hallo! Ey, wie soll ich die treffen? Ey! Hallo! Ey! Schieß sie doch ab! Ausweichen! Schieß sie ab! Ich kann nicht schießen. Wo bin ich? Ey, Digga! Du bist einfach Deko, ne? Du bist einfach schlecht. Ey, Digga! Wallah! Hast du dir irgendwas beigeleistet heute? Ey, Baré, bist du hier noch drinne? Ey, Barou? Bist du hier noch drinne? Wenn ja, hast du den schon gesagt mit Fortnite? Ja, ja. Dass der sich runterladen soll? Ich hoffe, er macht's. Ey, Barou, hast du Fortnite, Bruder? Skandal soll auch runterladen. Skandal hat doch. Das wär voll geil, wenn wir das zusammenzocken. Ja, safe. Hat er, Emre! Hat er, hat er, hat er! Nein, hat er nicht. Aber der hat doch, hä? Der hat doch einen... Nein. Ich schreib dem gleich nochmal, dass die das runterladen. Ey, ja, Kimo. Mach ich gleich, Brudy. Oh, ah, Bruder. Bruder, was ist das für ein Spiel, ja? Was ist das hier für ein Ort? Äh, keine Ahnung, aber... Wie sehen Sie? Alfa, wir kämpfen gegen ihn. Oh, 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 oh! Rademd, schießt, schießt, schießt! Alfa, BZ! Schieß doch! Woo! Ey, der macht dich direkt noch go, ne? Der ist einfach weggeschossen. Ey, diese Musik passt einfach gar nicht. Hör mal die Musik. Ey! Warte mal, du musst ein, äh, ein, 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 äh, Dingens sammeln. Ein, ein ganz, äh, große, äh, Dingens musst du machen. Was? So ein, äh, 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 große Giz-Flag. Und dann lassen wir den reinrennen und dann schießen wir das kaputt. Checkst du? Genau. So, jetzt rennt der. Aber es hat absolut nichts gebracht. Nein, 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 nein. Das hat nichts damit zu tun. Ich muss die Dinger hier füllen. Ja! Lenk den ab, lenk den ab, lenk den ab, lenk den ab. Ich bin dabei! Ich bin dabei! Oh, schön, Giz! Yes! Ey, 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 lass den zu mir, lass den zu mir. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Warte, noch nicht, noch nicht, ich muss erst alle Löcher füllen. Doch, doch, ja, Katja, weiter, man. Jetzt ist der ja sauer auf mich. Oh! Oh! Oh, der schießt doch, schießt doch, der ist doch voll da! Yes! Weiter, weiter, weiter! Direkt nochmal, 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 nochmal! Bringt nichts, bringt nichts! Erdbeam! Erdbeam! Doppel Erdbeam! Dreimal Erdbeam! Nochmal Erdbeam! Oh, Harlan, was ist das für ein... Ach, ein Scharmutading, Digga! Emler, kannst du vielleicht koordinieren oder so? Ja, er kommt! Jetzt ist er wieder tot. Also, er angeht. Erdbeam, er verdacht. Erdbeam! Eins, zwei, nochmal, nochmal! Jetzt kommt er. Okay, oh! Okay, der ist jetzt richtig sauer, ja. Ja! Stark! Wie gesagt, jeder, der in Rangliste Platz 1 bis 3 ist, bei Bits oder Subs, kommt heute in unsere Story. Wir machen jetzt immer so, von Montag bis Sonntag, tun wir mal die... Äh, drei Besten rein, quasi. So, damit jeder euch schon mal in der Story sieht, was ihr hier gerade veranstaltet in dem Stream. Emler? Ja! Schieß! Hab ich doch! Du musst die Westbahn schießen, Digga, worauf wartest du? Weiter, weiter, weiter! 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 Warum schießt du die Westen nicht ab? Ey! Digga, du bist so schlecht, ne? Ich schießt sie jetzt die Westen ab! Ja! 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 Befekt! Baba! Sehr gut! Anni! Oh mein Gott! Wah! Oha! Hallo! Hallo! Ja! Auf diese... Ja! Sie ist vor hinten! Sie ist vor hinten! Ich bin hier! 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 Geh wieder sauf! Geh wieder sauf! Geh wieder sauf! Geh wieder sauf! Wir müssen von vorne! Hinten kriegt der nicht so... Ah! Der dreht sich! Jawoll! Oh! Die kommen alle mit! Das war's! Die kommen alle mit! Sehr gut! Oh! 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 Du musst den hier hinten! Hier hinten musst du den treffen! Aber hinten kriegt der nicht so viel Scham! Doch! Da ist ein X! Genau da musst du drauf schießen! Ein X? Ja! Auf seinem Rücken hat er ein X! Ja, Mann! Schnell! Komm! Sehr gut! Ey, der verliert gar kein Leben! Ich hab den aber abgeschossen! Du musst den mal vorne! Vorne mal ein paar Mal! Volltreffer! Oh mein Gott! Ey! Bruder, was passiert hier, Bruder? Einfach Bienen die Scheren sind, Bruder, ja? Ich schwör auf alles! Nennen wir sowas gerade arbeiten? Ist das gerade also unser Job? Oder wie nennt sich das Ganze gerade? Jungen, bitte, die Scheren sind! Oh mein Gott! Ey, Jamie, nochmal 300 Bits! Vielen Dank! Wallah, Jamie ist überkrass! Wallah, geistkrank! Danke für den Support, Wallah! Ey, Chat, könnt ihr bitte nochmal Liebe für Jamie machen? Bitte! Das ist gerade überkrass, was der heute veranstaltet! Kommen wir jetzt weiter! Von hinten! Du musst ja wahrscheinlich vorne oder so! Im Gesicht! Ja, ja, und hinten! Nein, da, da, auf dem Rücken! Der hat immer ein X drauf! Ja, ja, hinten auf dem Rücken hat er nichts! Ja, oben am Rücken! Und sein Gesicht, Katzaumann! Und sein Gesicht! Okay, hinten ein X! Kann ich nicht! Du hast dich drauf geschossen! Ja, du musst als erstes drehen! Geh mal da drauf und dreh dich! Dann dreht er sich zu dir! Und dann schließe ich aufs Nächsten! Ja, nein, passiert nichts! Die wollen alle nur dich! Ja, der... Scheiß, Alter! Hä? Äh? Jetzt, 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 jetzt! Ja, ja, was? Ich komm! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm! Da ist doch nichts! Doch, wallah! Dieses X kurz unter seinem Kopf! Ja, ich seh das, aber da ist kein Honig drauf! Ja, du musst die Bienen erst killen! Die schützen den doch! Jetzt! Ja, ist immer noch nichts! Guck doch bei mir! Du machst da nie was drauf! Jetzt! Mach du mal, mach du mal, mach du mal! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm! Jetzt! Jetzt ist der vollgeklatscht dahinten! Okay, sehr gut! Ja, Mann! Nochmal, nochmal, nochmal! Jetzt, der hat wieder was am Rücken! Nee, an der Fresse! Ah, ja, Mann! Ja! Sehr gut! Schimm, das ist der Schluch! Oh, es geht weiter! Oh! Oh mein Gott! Ja! Ah, dieses Eisen! Weiter, weiter, weiter! Du musst springen, pass auf! Ah ja, Mann! Komm schon! Los! Noch ein bisschen dran! Komm! Wir haben fast geschafft! Komm schon! Oh mein Gott! Die Bienen beschützen den ja überkrass! Komm schon! Okay, die ist weg! Jetzt, jetzt! Die Bienen, die Bienen müssen weg! Die Bienen müssen weg! Jetzt! Oh mein Gott! Komm schon! Mach, wo ist... Das war's! Das war's! Jetzt, jetzt, jetzt! Mach drauf! Mach drauf! Mach drauf! Komm! Ist drauf! Nein, auf den! Ja! Genau, 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 genau! Boah! Super! Der ist fast down! Komm! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh mein Gott! Hä? Sehr gut! Einmal noch! Einmal noch! Okay, ist drauf! Jetzt! Ja! Okay! Sehr gut, Junge! Jawoll! Wir haben noch mehr Ärger auf uns zu! Oh, noch einmal! Einfach fly! Soll wir ja hier einen Cut machen? Nein, nein, lass weiter machen! Ich glaube, wir sind fast fertig! Einfach Fleischbädchen, Bruder! Ausweichen! Ja, schießen! Und wo? Oh, Nolan! Ah! 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 Komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Ah! Oh mein Gott! Ah! Weiter, weiter, weiter! Schönes Ding, May! Unterwäsche hält sich sehr lange! Oh! Das geht ja f***ig! Also ich wollte nur... ...grad sagen, wir fliegen gerade mit deiner Unterhaus, ne? Mit meiner? Ja! Egal! Hauptsache, wir fliegen gerade! Ey, Wallah! Warum sollst du schießen? Oh! Oh! Jamie wieder mit zwei Subs! Ich küsse deinen A-Ton, Bruder! Nein, wo muss ich leben?! Unten! Oh, nö! Nicht schon wieder da! Dankeschön, äh, Jamie, für deine Subs, mein Bruder! Was machst du? Du musst doch da unten durch! Warum schießt du dann da oben gegen? Einfach so! Oh! Es tut so, die Hitschung! Auf, mein Geh-Növer! Da vorne! Na Digga du sagst mir auch nichts ne? Nein du siehst das doch! Hinter uns sind doch welche! Achso! Aha! Aha Skandal! Alphas! Ey! Jetzt kämpfen wir einfach gegen Skandal! Und ich freu mich darauf dir das Fell über die Ohren zu ziehen! Alphas ich darf wieder kämpfen! Und du bist wieder die- 1 gegen 1! Oh mein Gott! Juhuui! 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 Oh! Fick doch mal richtig Mann! Juhuui! Juhu! Oh! Oh! Ah nee, Walla, der ist unnormal stark. Oh, Sokoku! Ui! Stark. Wow! K.O. Haben wir jetzt gewonnen? Oh mein Gott, Bruder, was... Bruder, die Spiel ist... Oh mein Gott. Ich hab dich! Skipp mal. Ach so, geht nicht. Och, Digga. Nee, Digga. Alter! Warte, geh mal nach links. Ja, rechts, rechts. Komm schon, wir sind fast durch. Komm schon, komm schon. Keine Fehler mehr erlauben. Keine Fehler mehr erlauben. Komm schon, wir sind fast durch. Links! Oh mein... Rechts! Komm schon. Die Eichhörnchen sind wütend wegen des Flugzeugs? Tja, dann... Ah, es hat gespeichert gerade. Sobald wir hier raus sind, sind wir durch. Pass auf! Ja, das ist ein bisschen Kollateralschein. Den nimmt man mit. Was passiert? Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, weiter! Ey! Wohin soll ich doch fliegen, Amina-Räumen? Wir müssen den ganzen verdammten Weg von... Nein, nein. Ab da, letzte Speicherpunkt, wo wir rauskommen. Hey! Halt den oben, halt den oben! Links, 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 links! Ja. Können wir nicht einfach abschränken, Digga? Okay. Wir sind durch mit dem zweiten Teil. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr einen Teil 3 sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und somit verpasst ihr auch nicht den dritten Teil. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao. 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 .